Musik Musik Sie haben gestern ja schon in Konvois ihre Reise angetreten von VW-Bussen. Das haben Sie ja schon bei uns wahrscheinlich dann auch mitbekommen im Land. Unterwegs, alle Richtung Fehmanderstadt. Hamburger Südstrand, mehr als... Eigentlich ist heute erst Anreisetag, aber da haben einige vorgezogen, unter anderem auch... Wie viele sind jetzt schon eingetroffen? Ja, total, Hippiefeeling. Es sind schon einige hundert da. Ich habe jetzt die einzelnen Busse nicht durchgezählt, aber es sind mehrere hundert. Und das ist wirklich Woodstock-Feeling hier auf jemanden. Die Sonne brennt. Die Sonne brennt. Die Sonne brennt. Hanne, die snakke. Fahndte Baby auf Brust Soll und ein Wagen.